Wie sieht's aus bei dir? Grauenhaft. Ich hab grad gemerkt beim Warm-up, dass ich überhaupt nichts kann. Ah, okay, tatsächlich. Aber, ja, überraschenderweise. Megamäßig lohnt's. Wasserprojekt. Nicht sauber verarbeitet. Und Joffi. Torverhältnis 0. Amar, 3 Punkte, Torverhältnis 0,1. Oh. Es gibt manchmal solche Stream-Ausschnitte von dir, wo du halt wirklich dann ein bisschen raged. Meinst du, das wird hier auch dann der Fall sein? Gerade jetzt bei so einem Gegner wie Revi oder so? Also, ich bin auf jeden Fall ehrgeizig. Ich will auf jeden Fall gewinnen. Also, das ist jetzt nicht einfach Just for Fun hier. Aber ich glaub nicht, dass ich jetzt hier so rumragen werde. Ne? Ne, das passiert nur bei Valorant. Wir müssen uns jetzt von unseren Gefährten verabschieden. Er hat uns lange begleitet. Ungefähr seitdem ich das letzte Mal Sekiro gespielt hab. Bruder, hat mich gefreut, Digga.